Ich darf Sie ganz herzlich zum Tag der offenen Tür des Krankenhauses begrüßen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Mitarbeiter und Unterstützer des Bettburger Krankenhauses, ich darf Sie jetzt bitten, sich ein bisschen hier einzufinden, weil wir jetzt mit der offiziellen Eröffnung unseres Tages der offenen Tür beginnen wollen. Da hinten kommen auch noch einige Besucher. Kommt ruhig alle ein bisschen rüber, auch die Jungs aus dem Bierwagen, mal kurzzeitig die Aktivitäten einstellen, damit wir mit unserer Eröffnung beginnen können. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bettburgerinnen und Bettburger, liebe Gäste hier in unserer Erftstadt, es ist mal wieder soweit am heutigen Sonntag, führen wir erneut nach einer fünfjährigen Pause einen Tag der offenen Tür unseres Traditionshauses St. Hubertus Stift hier in Bettburg durch. Wir freuen uns, dass diese Initiative wieder tatkräftig von vielen unterstützt worden ist, die ich gleich noch alle nennen werde. Ich begrüße an dieser Stelle aber zunächst einmal ganz herzlich unseren Ehrengast und den Festredner des heutigen Tages, Herrn Dr. Ralf Brauck, Sie für den Patientenbeauftragten der Bundesregierung frisch im Amt. Lieber Ralf, herzlich willkommen hier in Bettburg. Ich begrüße weiter seitens der Stadt Bettburg den stellvertretenden Bürgermeister, lieber Hans Schnepp, schön, dass du da bist. Aus dem Kreistag, ein weiteres Kreistagsmitglied neben Hans in seinen mehrfachen Funktionen, Norbert Bleus, auch Mitglied des Vorstandes des Fördervereins, lieber Norbert, schön, dass du da bist. Und neben den vielen Vertretern der Vereine, unter anderem unseren Brudermeister, aber auch die Vertreter aus Königshofen, den zweiten Brudermeister hier im Stadtgebiet, insgesamt haben wir ja drei, lieber Georg Jobs, euch und der ganzen Truppe ein herzliches Willkommen. Den einen oder anderen werde ich gleich noch erwähnen, ich möchte es mir aber natürlich nicht versäumen, auch unseren ehemaligen Bürgermeister Gunnar Koch herzlich zu begrüßen, der ja auch im Aufsichtsrat des Krankenhauses hier sein Fachwissen und vor allen Dingen seine Verbundenheit zum Ort massiv einbringt. Lieber Gunnar, schön, dass du auch Zeit und den Weg hierhin gefunden hast. Und dann kommen wir dann zu den ganz wichtigen oder den wichtigsten Personen, nämlich der ärztlichen und pflegerischen Leitung hier des Hauses. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Anton Rausch, ärztlicher Direktor und Chefarztchirurgie, Dr. Andreas Kramer, Chefarzt Innere und Dr. Böhmer, Chefarzt Anästhesie. Und die Pflegeleitung, Frau Leon, herzlich willkommen und natürlich der Chef des Geldes, den Geschäftsführer, den wichtigen Geist im Hintergrund, ohne den letztendlich hier kaufmännisch nichts passiert. Lieber Jakob Schall, herzlich willkommen, dass Sie auch den Weg hierhin gefunden haben. So, und jetzt will ich eigentlich gar nicht die Begrüßungsriege an dieser Stelle so sehr in die Länge ziehen. Es freut uns, dass Sie alle hierhin gefunden haben im Schatten von St. Lambertus. Dr. Wolters, es ist immer wieder ein beeindruckendes Bild, Kirsche und das Krankenhaus in direkter Nachbarschaft zu sehen. Deshalb werden hier auch die Messen über das Informationssystem direkt auch an die Betten des Hauses übertragen. Eine ganz wichtige Schnittstelle, die uns hier auch sehr, sehr wichtig ist. Und dieses schöne Ambiente nutzen wir da und auch immer für vielfältige Veranstaltungen. Genug der Vorrede. Lieber Dr. Brauxipe, lieber Ralf, ich darf dir gerne jetzt das Mikrofon überreichen. Vielen herzlichen Dank für den Weg hierhin. Ja, herzlichen Dank, lieber Georg Kippels, Herr Pastor, Herr Bürgermeister, verehrte Mitglieder der Leitung dieses Hauses. Schön katholisch sieht es hier aus, so allgemein kann man sagen. Der hat man in Berlin nicht an jeder Ecke. Der Georg Kippels hat mir die Begrüßung ja im Grunde schon abgenommen, aber in der Tat, lieber Georg, ich finde, dass deine Frau auch begrüßen können als Vorsitzende des Fördervereins, liebe Petra Kippels. Auch dir ein herzliches Willkommen, verbunden natürlich vor allem mit einem ganz herzlichen Dank für diesen Einsatz hier. Ich gebe zu, als der Georg Kippels mich ganz kurz nach meiner Ernennung zum Patientenbeauftragten eingeladen hat, hier heute hinzukommen, da habe ich das Schreiben erst mal gar nicht bis zu Ende gelesen, weil der Wunsch vom Georg Kippels, dass man zu ihm in den Kreis kommt, ist eigentlich ausreichend. Wenn so ein verlässlicher und sachkundiger Kollege das möchte, dann macht man das eben ohne sonst Schreiben erst mal ganz bis zu Ende zu lesen. Deswegen lief bei mir der Termin in der Vorbereitung auch lange einfach unter dem Termin im Rhein-Erft-Kreis, obwohl mir natürlich Bettburg schon lange bekannt ist, denn es gibt zumindest einen Bettburger, den ich noch länger kenne als Georg Kippels, das ist der Hans Schnepp, stellvertretender Bürgermeister, der in diversen Gremien auch immer dafür sorgt, dass Bettburg im Gespräch ist und bleibt. Aber ich habe dann erst in der näheren Vorbereitung noch mal mir angesehen, was Georg Kippels mir geschrieben hat und da tauchen zwei wichtige Jahre auf, die Jahre 1862 und 2009. Und ich habe dann mal bei Ihnen selbst nachgelesen, was Sie über Ihre Einrichtung selbst schreiben und da finde ich diesen schönen Satz. Es begann am 20. Oktober 1862, als fromme Ordensfrauen aus der Genossenschaft der armen Dienstmärkte Christi in Bettburg ihre segensreiche Tätigkeit im Klösterlein an der Johannesbrücke aufnahmen. Ein sehr schöner Satz, wie ich finde, in dem sehr viel zum Ausdruck kommt. Wir sprechen ja, und das ist ja auch richtig, und den Sachverhalt beschreiben von einem Krankenhaus. Ich bin jetzt gar kein Sprachwissenschaftler, mehr hat das nie jemand gesagt, aber ich vermute, dass das im Englischen Hospital heißt und dass Hospitality im Englischen Gastfreundschaft heißt. Das ist auch kein Zufall. In der Schweiz und Österreich spricht man mehr vom Spital als vom Krankenhaus. Und ich glaube, diese Idee der Gastfreundschaft, der Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, die der Aufnahme bedürfen, die wird nicht nur durch diese Worte zum Ausdruck gebracht, sondern auch durch die Entstehungsgeschichte Ihres Hauses. Ich denke, das war die Motivation, Menschen gastfreundlich Aufnahme zu gewähren, die diese Aufnahme brauchen. Und es ist einfach schön, dass es so etwas auch mehr als 150 Jahre später noch gibt. Das geht natürlich nicht von selbst. Wer etwas bewahren will, muss auch bereit sein, Veränderungen mitzumachen. Sonst ist ein solches Versorgungsniveau, wie Sie es hier haben, nicht aufrecht zu erhalten. Und dieses Versorgungsniveau, das Ihr Haus vorzeigen kann, ist natürlich nicht ohne das Zutun, nicht ohne den täglichen und unermüdlichen Einsatz des hier tätigen Personals, der Ärzte, der Krankenschwestern und weiterer Berufsgruppen, die im Interesse der Patientinnen und Patienten unterwegs sind, zu erreichen. Und in der Tat, der Georg Kippels hat mir schon gesagt, dein Büro hat dir das vielleicht aufgeschrieben. Natürlich haben die mir das aufgeschrieben, welche hervorragenden Ergebnisse Ihnen hier immer wieder bescheinigt worden sind. Also sei auch noch mal gesagt, das St. Hubertus-Stift Bettburg zählt laut unabhängiger Prüfung zu den 20 Prozent der Kliniken mit überdurchschnittlich guten Ergebnissen, die die AOK Rheinland-Hamburg als beste Anlaufstelle für Gallenblasenentfernung sowie für Hüft- und Knieendoprothetische Eingriffe benannt hat. Und darauf können Sie hier alle zu Recht stolz sein. Sie stellen die medizinisch notwendige Behandlung sicher und sind kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Patientinnen und Patienten und deren Angehörige. Und das Jahr 2009 habe ich schon erwähnt, ein Jahr, das ja in die Amtszeit von Karl-Josef Laumann, die erste Amtszeit von Karl-Josef Laumann als Gesundheitsminister des Landes Nordrhein-Westfalen fällt, von dem ich weiß, dass er auch tatkräftig daran beteiligt war. Ich schätze sehr, dass die Zukunft Ihres Hauses durch den Abschluss eines Verbundes mit dem St. Katharien-Hospital Frechen gesichert werden konnte. Und ich denke, dass die Menschen hier das hohe Potenzial an Fachkenntnis und den persönlichen Einsatz jeder einzelnen Mitarbeiterin, jedes einzelnen Mitarbeiters auch weiter mit Treue hier zum Standort Bettburg honorieren wird. Und diese im Jahr 2009 getroffene oder vollzogene Entscheidung bedeutet eben sehr viel für die Sicherstellung der Versorgung im ländlichen Raum. Ein Thema, das mir als Patientenbeauftragter auch sehr wichtig ist. Karl-Josef Laumann ist ja da auch ein Vorgänger von mir in diesem Amt, der mir das mit auf den Weg gegeben hat, dass wir uns ganz besonders um die Versorgung im ländlichen Raum kümmern müssen. Und deswegen ist die Bildung eines solchen Verbundes, denke ich, in jeder Hinsicht eine rationale Entscheidung gewesen und den dafür verantwortlichen kann ich für Ihr weitsichtiges Engagement nur meinen herzlichen Dank aussprechen. Ich denke, Sie schlagen auch mit dem heutigen Tag den richtigen Weg ein, indem Sie die Türen des St. Hubertus Stift Krankenhauses für alle Interessenten öffnen und damit die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen uns. Dir, liebe Petra Kippels, als Initiatorin, als Vorsitzende des Fördervereins möchte ich dafür meinen ganz herzlichen Dank und Respekt aussprechen für euer engagiertes ehrenamtliches Handeln, ohne dass ja auch dieser Tag nicht möglich wäre. Ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, natürlich gibt es auch in einem solchen Haus nicht nur die Notwendigkeit zu kommunizieren, sondern es lassen sich sicherlich auch in einem solchen Haus gelegentlich Klagen von Patientinnen und Patienten nicht vermeiden. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir ein patientenorientiertes Beschwerdemanagement haben, das mit dem Patientenrechtegesetz im Jahr 2013 für die Krankenhäuser verpflichtend eingeführt worden ist. Wir haben ein Beschwerdemanagement, wir haben Patientenfürsprecher und ich freue mich deswegen, es war einer der ersten Termine, der mir mitgeteilt worden ist, die ganz wichtig sind für den Patientenbeauftragten, dass ich am 21. September alle Patientenfürsprecher, Beschwerdebeauftragte und mit ähnlichen Aufgaben in Krankenhäusern betraute Personen am diesjährigen Berliner Tag der Patientenfürsprecher begrüßen kann. Ich freue mich jetzt schon auf den Austausch, den wir dort auch pflegen werden. Und meine Damen und Herren, mir liegt eines ganz besonders am Herzen. Die Patienten erwarten bei einem Krankenhausaufenthalt zu Recht die bestmögliche Versorgung auf höchstem medizinischen und pflegerischen Niveau. Sie wissen, dass die Bundesregierung mit zahlreichen Maßnahmen auf die schwierige Situation der Pflegenden und deren Angehörige im Krankenhaus in den letzten Jahren reagiert hat. Wichtige Gesetze, die der damalige Minister Hermann Gröhe mit Kai-Josef Laumann zusammen auf den Weg gebracht hat und auf denen der jetzige Minister Jens Spahn mit seiner Mannschaft aufbauen darf. Ich nenne nur beispielsweise die Pflegestellenförderprogramme, die zuletzt mit dem am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Krankenhausstrukturgesetz zum Tragen gekommen sind und mit denen bis Ende 2018 Mittel von bis zu insgesamt 660 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Ich weiß, dass damit nicht alle Probleme gelöst sind. Ich finde auch, dass wir sehr offen mit dem, was erreicht worden ist und mit dem, was auch immer noch zu tun ist. Der Pflegebedarf wird natürlich zunehmen in unserem Land. Und ich habe mal eine Veranstaltung mit Hermann Gröhe gemacht, wo er geschildert hat, was die Regierung auf den Weg gebracht hat. Und wo dann ein Pflegender auch auftrat und von den Problemen sprach, die er hat. Und dann hat mich ein Journalist gefragt, wer hat denn nun recht? Ich habe gesagt, natürlich beide. Es ist doch nicht zu bestreiten, dass wir in den letzten Jahren den größten Fortschritt im Pflegebereich politisch auf den Weg gebracht haben seit der Einführung der Pflegeversicherung. Genauso ist doch unbestreitbar, dass doch ganz viele Herausforderungen vor uns liegen. Über beides, denke ich, kann man und muss man doch offen reden. Denn es geht ja genau darum, dass die Menschen spüren, dass sie gut aufgehoben sind in einem solchen Haus, dass sie hier gastlich aufgenommen werden. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und es ist ganz wichtig, dass wir da viel erreicht haben und dass wir auch versuchen, da noch weiter zu kommen. Eine angemessene Pflegepersonalausstattung befördert die qualitativ hochwertige Leistungserbringung und dient der Vermeidung von Behandlungsfehlern. Ich denke, darin sind sich alle Beteiligten einig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist, denke ich, das, was die Kontinuität auch dieses Hauses ausmacht. Wir sind gefordert als Politik, das uns Mögliche zu tun, um den Pflegeberuf auch attraktiv auszustatten. Und ich darf das auch noch mal sagen, wenn es um das Thema der vollständigen Refinanzierung von Tarifsteigerungen im Krankenhausbereich geht, ist das natürlich auch etwas, das allen Beschäftigten zugute kommt. Und wo, das darf ich einmal sagen, ja auch schon Georg Kippels Vorgänger im Bundestag, Willi Zülayev, ganz intensiv gearbeitet hat an dem Thema. Also Politik darf sich nicht zurückziehen und sagen, schön, dass es so viel ehrenamtliches Engagement gibt, da müssen wir ja nichts groß machen. Nein, Politik ist gefordert, an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, damit wir menschenwürdige Versorgung und Pflege weiter haben. Aber eines ist auch klar, es wird auf Dauer nicht gelingen, ohne dass Menschen mehr tun als ihre Pflicht. Und sehr viele von Ihnen hier tun nicht nur ihre Pflicht, sondern sehr viel mehr. Und das war, glaube ich, der Grundgedanke bei der Gründung dieses Hauses, der, soweit ich das beobachten kann, die ganze Geschichte dieses Hauses durchtragen hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Und es ist schön, dass wir an diesem Sonntag hier heute ein bisschen feiern können. Aber haben wir immer auch die im Blick und die im Sinn, die an diesem Tag heute nicht feiern können, Menschen, die auch an diesem Sonntag, wie 365 Tage im Jahr hier arbeiten, die kranke Menschen begleiten und pflegen, auch an diesem Sonntag, denken wir auch an diejenigen und denken wir natürlich auch an diejenigen, die heute nicht hier sind, weil es etwas zu feiern gibt, sondern die hier sind, weil sie krank sind und die auch an diesem Sonntag Menschen brauchen, die ihnen in ihrer Krankheit zur Seite stehen. Das sind diejenigen, für die wir letztlich alle unsere Arbeit machen, jeder an seinem Platz. Der Patientenbeauftragte genauso wie jeder andere. Und dass das in diesem Land auf so einem hohen Niveau funktioniert, ist das Ergebnis gemeinsamer Anstrengung, für die wir alle dankbar sein können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Tag heute, der Ihnen auch Kraft und Motivation gibt, ab morgen dann den Alltag hier im Interesse der Menschen, die unsere Hilfe brauchen, wieder zu bestehen. Herzlichen Dank und ein herzliches Glück auf Ihnen für Ihre Arbeit. Sehr geehrter Herr Dr. Braux, lieber Ralf, vielen herzlichen Dank. Zunächst einmal für die freundlichen Worte, aber natürlich auch für die Einblicke in die schwierige Diskussion, die tagtäglich in Berlin, in Düsseldorf, aber natürlich auch vor Ort in den Häusern geführt wird. Und die Überleitung darf ich vielleicht zum Anlass nehmen, noch zwei weitere Begrüßungen vorzunehmen. Auf der einen Seite unseren Stadtverbandsvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden der CDU-Berate der Stadt Bettburg, Andreas Becker, lieber Andreas, an der Seite deiner lieben Gattin Heike, herzlich willkommen. Und unser langjähriges CDU-Mitglied Hans Weber, lieber Hans, auch du bist im Besonderen und mit deiner lieben Frau immer dem Krankenhaus ein treuer Unterstützer gewesen. Vielen herzlichen Dank. Und ich glaube, das ist auch ein Applaus wert. Und ich glaube, wir haben es ja eben gehört, nach der allgemeinen Philosophie ist groß gut, groß muss aber nicht besser sein. Klein kann gut und besser sein. Und vor allen Dingen ist Klein immer sehr einfallsreich und kreativ. Und ich glaube, das haben wir hier in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer sehr intensiv praktiziert. Und deshalb begrüße ich besonders gern noch einen Kooperationspartner des Krankenhauses, Dr. Bitschnau, der hier in seiner Praxis praktiziert, aber im ständigen Austausch und in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus Bettburg fachlich weitere Beiträge leistet. Das ist das, was uns hier vor Ort auszeichnet, die Verbindung der einzelnen Disziplinen untereinander und die kreative Zusammenarbeit, um den Bürgerinnen und Bürgern hier vor Ort die bestmögliche Versorgung zu geben. Jetzt kommen wir zum weiteren Begrüßungswort, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Bettburg, lieber Hans Schnepp, ein Bettburger Urgestein, auch wenn du nicht in Bettburg geboren bist und es mit dem Rheinischen gelegentlich noch etwas hapert. Aber von Herzen ist er, glaube ich, einer der intensivsten Streitler für unser wunderbares Städtchen hier an der Erft. Lieber Hans, du hast das Wort. Bitteschön. Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Sehr geehrte Vorsitzende, liebe Petra, im Namen der Stadt Bettburg darf ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich möchte in meinem Grußwort zuerst mal den Förderverein nicht nur erwähnen, sondern auch Danke sagen für das, was ihr tut, nicht nur für das Krankenhaus, sondern für die gesamte Bevölkerung hier in Bettburg. Eure Arbeit ist äußerst wichtig, auch wenn Politik gestaltet, ohne ehrenamtliche Tätigkeit, glaube ich, wäre nicht nur unser Krankenhaus, sondern unsere ganze Gesellschaft nicht aufrecht zu erhalten. In dem Sinn, herzlichen Dank vonseiten des Rates und der Verwaltung der Stadt Bettburg. Dann fangen wir auch direkt mit dem Wichtigsten an. Ich sage ohne Moos nichts los und ich glaube, ihr könnt die kleine Spende sehr gut gebrauchen für den Förderverein. In dem Sinn, da habe ich dir schon mal eine kleine Spende. Recht herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, also es ist für mich heute eine ganz große Ehre, dass ich heute hier stehen darf, den Bürgermeister vertreten darf, denn ich hätte es mir nie träumen lassen, den Patientenbeauftragten der Bundesregierung und meinen Landesvorsitzenden der CDA im NRW hier ganz offiziell begrüßen zu dürfen. Liebe Ralf, herzlich willkommen in der schönen Schlossstadt Bettburg. Danke, dass du hier bist. Du siehst, die CDA ist hier auch in Bettburg gut aufgestellt. Unsere Partei- und Fraktionsvorsitzende gehört zu unserer Gilde. Und ich glaube, wir machen auch einen guten Job in Richtung der Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch hier in Bettburg, gerade für die sozial Schwachen, für die wir uns gemeinsam einsetzen. Und ich sage mal, wenn ich in Richtung der rechten Seite schaue, in Richtung des Krankenhauses, dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bei den Verantwortlichen des Krankenhauses, bei allen Ärzten, bei allen Krankenschwestern und Pflegerinnen und Pfleger bedanken, für die Tag- und Nachtbetreuung der Patienten, der Bevölkerung hier in Bettburg. Ich sage mal, es ist immer schön, wenn man nicht rein muss. Und man freut sich, wenn man wieder raus muss. Oder raus kann, wenn man wieder gesund ist. Aber es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass es sie gibt hier in Bettburg und dass man sich gemeinsam zusammenrauft und hingeht und das Krankenhaus über die vielen schwierigen Zeiten, die wir eigentlich hatten. Wenn ich so einen Schall angucke, wir haben seinerzeit, der Dr. Brauch-Sippe hat es ja erwähnt, die Portalklinik im gemeinsamen Projekt auf den Weg gebracht und sind zurzeit an einem neuen Projekt dran. Lieber Ralf, wir haben gestern Digitalisierung beschlossen am Landesparteitag und gerade im Rahmen der Digitalisierung haben wir ein neues Projekt vor der Brust, das sich Telemedizin nennt. Und da sind wir wieder auf einem guten Weg und deswegen darf ich Herrn Schall zu mir bitten, denn ich habe eine Überraschung, von der er bis jetzt noch nichts gewusst hat. Ja, lieber Herr Schall, ich habe diese Tage einen Brief aus dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Ich darf etwas zitieren, was die wenigsten hier im Bettburg oder Umgebung wissen. Wir sind tatsächlich mit einem Förderantrag an das Ministerium herangetreten und haben beantragt den Aufbau eines Zentrums für Telemedizin am St. Katharinen Hospital gemeinsam mit unserem Krankenhaus St. Hubertus und Erfstadt. Der Minister schreibt, sehr geehrter Herr Schnepp, lieber Hans, ich habe den Förderantrag mit großem Interesse gelesen, das Vorhaben, den Datenaustausch und die Kommunikation zwischen Leistungserbringern im Gesundheitswesen zu verbessern, begrüße ich sehr. Wir müssen die Chancen der Digitalisierung nutzen und die Telemedizin kann hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Der Rest ist technisches Verständnis. Herr Schall, ich überreiche Ihnen diesen Brief, denn wir werden in den nächsten Wochen einen Anruf aus dem Ministerium bekommen, um einen Termin zu machen mit Ihren Technikern, mit den Technikern aus dem Ministerium, um das ganze Projekt auf den Weg zu bringen. Und ich sage einmal, ich freue mich und bin stolz darauf, dass ich wieder mitarbeiten darf in seiner Zeit bei dem Projekt Portalklinik, dass wir das zu einem guten Erfolg führen. Und da bin ich mir sicher, dass wir das schaffen. Der Minister hat mir gestern auch versichert, dass wir ernsthaft an der Thematik arbeiten. Und in dem Sinn danke ich Ihnen heute nochmal, dass Sie mich mit eingebunden haben, haben gesagt, Herr Schnepp, wir brauchen wieder Ihre Hilfe. Ich tue das sehr gerne, nicht nur für das Krankenhaus, sondern auch für die Bevölkerung der Stadt Bettburg, für meinen Bettburg, auch wenn ich zugezogener bin. Und lieber auf nicht katholisch, auch wenn ich im Schatten der katholischen Kirche stehe. Aber der Pastor hält mir das zugute. Er kennt mich und weiß, wie gut wir zusammen harmonieren, in Vereinen oder in der Gesellschaft. Deswegen sage ich mal, bin ich mit Herz und Seele dabei und sage zu unserem Projekt Glück auf und ich hoffe auf einen guten Verlauf. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schnepp, für Ihre Tätigkeit. Wir wussten ja schon im Vorfeld, wenn wir Herrn Schnepp fragen, klappt die Sache wieder. Das hat damals mit dem Portalkrankenhaus geklappt und das klappt wahrscheinlich mit unserem Projekt jetzt. Vielen Dank, Herr Schnepp. Gerne. Ja, auch ich darf herzlich Danke sagen. Stellvertretend für alle weiteren Bürgerinnen und Bürger aus dem Rhein-Erft-Kreis, die bis hin nach Freschen und dann Nutznießer dieser neuen Technologie sein werden. Und jetzt last but not least, wir haben die Politik gehört, aber diejenigen, die tagtäglich am O-P-Tisch, am Bett, am Patienten, mit dem Patienten, mit dem Pflegepersonal, mit allen, die hier Verantwortung übernehmen und in der Regel mehr tun als das, was Ihnen der Arbeitsvertrag bietet. Ein paar Worte jetzt aus der Richtung derjenigen, auf die wir vertrauen, die wir brauchen und von denen wir froh sind, dass wir Sie hier vor Ort haben. Herr Dr. Rausch, darf ich Sie bitten, auch als ärztlicher Direktor dann abschließend für die Eröffnungszeremonie einige Wochen an unsere Zuschauer und Besucher zu richten. Vielen Dank. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe ehemalige und zukünftige Patienten. Denn alle anderen sind ja schon begrüßt und erwähnt worden, das möchte ich mich nicht wiederholen. Ein kleines Krankenhaus lebt von der Akzeptanz und der Unterstützung einer Stadt und der Umgebung. Und Unterstützung ist eigentlich auch das Stichwort. Das ist ja auch nicht so ein abstraktes Wort eigentlich, denn es handelt immer von Personen, die dahinter stehen. Einmal muss ich jetzt erwähnen, Herr Brauxi, habe ich das Gefühl, da gibt es auch eine Unterstützung und eine Hilfe. Und wenn ich die Politik höre, sind da auch Dinge erkannt worden. Und was mich berührt hat oder was mich bestätigt eigentlich, dass Herr Brauxi als Patientenbefürsprecher sagt, Gastfreundschaft zeichnet ein Haus oder sollte ein Haus besonders auszeichnen. Also mich hat vor Jahren schon extrem bestört, als die Debatte aufkam und die Formulierung, wir haben es mit Kunden zu tun. Also dagegen habe ich mich persönlich immer verwahrt und ich hoffe, dass hier in diesem Haus dieses Gefühl des Kunden nie aufgetreten ist. Ich möchte mich schon der Herrn Schnepp bedanken, der uns, wie gesagt, schon zweimal entscheidend geholfen hat. Auch und sonst im Hintergrund, ich das Gefühl habe, immer die Hand über uns hält. Dann das Ehrenamt bedeutet ja oder zeigt, dass es da viele engagierte Leute gibt, wie zum Beispiel Frau Kippels und Herr Fassbender, die immerhin fast mehr als 25 Jahre im Aufsichtsrat des Krankenhauses sind und immer eigentlich sehr für die Belange der Stadt und die Bürger und auch die Mitarbeiter eingetreten sind. Auch dafür vielen Dank und auch, dass Sie das heute organisiert haben, Frau Kippels. Dankeschön. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Chef hier im Krankenhaus und ich glaube, oder ich gebe Ihnen mal meinen Eindruck davon wieder, was unser Krankenhaus, obwohl es kleines, ausmacht. Einmal, da komme ich wieder auf die Gastfreundschaft zu sprechen, ist es sicherlich sehr familiär und sehr fürsorglich und das versuchen wir auch zu leben. Und dabei hat auch einen ganz entscheidenden Anteil das engagierte Pflegepersonal, was zum Teil auch noch länger als ich hier bin und das auch immer engagiert und mit viel Enthusiasmus seine Arbeit macht. Dann haben wir noch eine eigene Küche. Dann haben wir einen Verwaltungsdirektor mit dem Herrn Schall, der uns im Hintergrund versucht, dadurch zu lavieren. Und was ich ihm zugutehalten muss, dass er nicht wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen darauf drängt, dass der Profit nun alles ist, sondern da auch mal fünf gerade sein lässt. Wir haben eine eigene Röntgenabteilung noch, die gut ausgestattet ist, die ein ganz modernes CT hat. Wir haben noch ein eigenes Labor, was einem eine schnelle Diagnostik ermöglicht. Die Kooperation mit den ansässigen Niedergelassenen ist eigentlich auch sehr gut, obwohl man daran sicherlich immer arbeiten kann und muss. Dann gibt es eine Notfallversorgung mit dem NRF, der jetzt fest am Haus installiert ist. Nebenan gibt es noch eine angeschlossene Dialyse. Und wir haben, wie schon erwähnt, die gute Kooperation mit unseren Orthopäden, was auch eine Win-Win-Situation ist für beide, da wir natürlich auch gerade diesen Schwerpunkt Orthopädie versuchen zu pflegen und weiter auszubauen. Dass wir eine gute Medizin machen, ist eigentlich selbstverständlich. Das sollte eigentlich jedes Krankenhaus. Deshalb muss das jetzt nicht weiter erwähnt werden. Wie können wir weiter bestehen? Noch mehr Kooperation mit den Niedergelassen? Wir wollen gerne Ansprechpartner für alle Patienten bleiben und müssen uns trotzdem spezialisieren. Da ist die Kooperation natürlich mit dem St. Katharinen-Hospital und mit Erfstadt in diesem kleinen Verbund schon mal sehr hilfreich, sodass man die Kompetenzen verteilt, aber sie dann auch nutzt. Aber langfristig glaube ich, dass die Arbeitsteilung im Erfkreis noch größer werden muss. Eigentlich, in meinen Augen, müssten alle Häuser im Erfkreis versuchen, die Versorgung gemeinschaftlich und arbeitsteilig zu gestalten. Und zum heutigen Tage, was präsentieren wir den Patienten, denn um die geht es eigentlich? Im Eingangsbereich demonstriert der Herr Dr. Kramer, seine Herzschrittmacher. Es gibt eine Reanimationspuppe, laufen Sie direkt darauf zu. Das ist von der Pflegeschule des St. Katharinen-Hospitals in Frechen. Und wenn jemand Interesse an dem Pflegeberuf hat, wie wir gehört haben, die Initiativen sind vielfältig, da werden welche gesucht. Im Labor können Sie mal Ihre Blutgruppe bestimmen lassen. Wir können leider nicht Ihnen offiziellen Ausweis ausstellen, denn wie Sie wissen, ist Blut ein sehr heikles Thema. Das muss sehr sorgfältig geprüft werden. Aber dass Sie selber für sich wissen, so geht es, und das ist meine Blutgruppe, ist vielleicht ein kleiner Hinweis. Hier vorne können wir mal den Blutzucker messen und den Blutdruck. Und wenn Sie etwas Süßes gegessen haben, gucken wir mal, wie viel Einfluss das hat. In der Krankengymnastik wollten wir zweimalig heute zumindest so eine Rückenschule anbieten. Die Uhrzeit können wir noch vereinbaren. Ich glaube, um 12 Uhr der erste Kurs. Gut. In den Operationsbereich sind Sie herzlich eingeladen. Dort wird der Herr Dr. Bitschner eine Schulteroperation simulieren und Ihnen dazu auch einige Einblicke geben. Also er wird sie nicht sofort heute behandeln. Das ist nicht. Herr Dr. Steinkopf hat einen Infostand zu seiner Endoprothetik. Und die Anästhesie ist auch präsent, wird sie aber nicht direkt einschläfern. In der Ambulanz können die Kinder gerne mal ein Gips angelegt bekommen. Oder was so ein schönes Thema ist, gerade waren wieder Patienten da mit aufgeregt, mit einer Zecke. Wir wollen Ihnen gerne noch mal erklären, wie man damit am sinnvollsten umgeht. Ja, damit vielen Dank für Ihr Kommen. Und dann hoffe ich auf ein gutes Gelingen heute. Und nochmal vielen Dank an Frau Kippels, dass wir das gut heute über die Bühne bringen. Herr Dr. Rausch, vielen herzlichen Dank. Und ich glaube, jetzt sind die Worte der Eröffnung genug gesprochen worden. Jetzt wollen wir langsam in das Gesellige und Informative übergehen. Ich danke allen, die hier in offizieller Funktion hingekommen sind und auch in ihrer Freizeit investieren, für die Bereitschaft, für das Krankenhaus St. Hubertus Stift hier in Bettburg sich einzubringen, dafür zu werben und auch zukünftig sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten hier vor Ort, aber aus dem nahen Umkreis eine bestmögliche Versorgung erhalten. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Sonntag. Ich darf die offiziellen Vertreter jetzt noch bitten, dort vorne zu einem gemeinsamen Foto sich einzufinden. Und dann wünsche ich allen viel Spaß und Freude. Sie können das Ganze auch von höchster Ebene betrachten, da von der Drehleiter des Löschzuges, Kaster, Königshofen. Auch das ist ermöglicht. Vielen herzlichen Dank, viel Freude, gute Informationen. Tun Sie Gutes, sprechen Sie darüber, werben Sie dafür. Herr Pastor, noch den kirchlichen Segen für den Sonntag wäre ja eigentlich nicht schlecht. Herr Dr. Kippels, ich gebe Ihnen vollkommen recht, der Worte sind genug gewechselt. Nur noch ganz kurz, auch von meiner Seite, verehrter Herr Dr. Brauck-Siepe, geschätztes Krankenhauspersonal, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Pfarrer des Stadtgebietes Bettburg umfassenden Seelsorgebereiches, freue auch ich mich, dass nach fünf Jahren heute wieder einmal ein Tag der offenen Tür organisiert wurde. Eigentlich ist in einem Krankenhaus in gewissem Sinne jedenfalls jeder Tag ein Tag der offenen Tür. Ich kann es aus dem Pfarrhaus drüben mehr oder weniger 24 Stunden beobachten. Denn 24 Stunden steht die Tür der Ambulanz offen für Menschen, die gesundheitlich in Not oder Gefahr nicht selten Lebensgefahr sind. Dafür können wir hier in Bettburg und in der Umgebung, da spreche ich jetzt einmal für die Bevölkerung hier, nicht dankbar genug sein. Von so kurzen Entfernungen und schnellen Wegen zu ärztlicher Hilfe erst vor wenigen Wochen wurde ja auch in Kirchherrten die Rettungswache eröffnet und eingesegnet können, wie eben in ihrer Ansprache schon anklang, in Deutschland und erst recht in anderen Ländern die meisten Menschen nur träumen. Und so ist es, wie ich meine, ein sehr schönes Zeichen der Wertschätzung, das sich vor Jahren der Verein der Freunde und Förderer des St. Hubertus-Stiftes Bettburg gebildet hat, der sich ausdrücklich der materiellen und ideellen Unterstützung des Hubertus-Stiftes verpflichtet weiß. Nicht nur Geld wird in hohem Maße benötigt, um die medizinische und personelle Ausstattung eines solchen Hauses möglichst optimal zu gewährleisten. Nein, auch ideelle Unterstützung kann ganz erheblich zu einer guten Atmosphäre, zur schon mehrfach erwähnten Gastfreundschaft und zu einem entsprechenden Geist beitragen. Das Team der Blauen Engel etwa sei erwähnt, dass ebenso wie die Damen und Herren, die jeden Sonntag, auch heute, auch Ostersonntag, auch am Weihnachtstage die Heilige Kommunion zu den Patienten, die dies wünschen, bringen, sie alle sorgen dafür, dass Heilung, wie das Wort im ursprünglichen Sinne besagt, nicht nur im medizinischen, sondern in einem umfassenden Sinne stattfinden kann. Und ich meine, je mehr Menschen unserer Stadt sich mit diesem Haus identifizieren, indem sie ihren persönlichen, vielleicht auch nur kleinen, Anteilantwortung zum Weiterbestehen einbringen, desto besser wirkt sich dies auf das Klima aus. Jeder von uns kann, wie wir alle wissen, schneller, als man denkt, in die Situation kommen, den Nutzen des Hubertus-Stiftes am eigenen Leibe zu erfahren. Und ich denke, der heutige Tag der offenen Tür, er soll dazu beitragen, dass mehr Menschen dieses Hubertus-Stift nicht nur oder nicht als einen selbstverständlichen Dienstleister betrachten, auf den man doch Anspruch hat, man bezahlt ja schließlich Steuern, sondern als ein Geschenk, das von seinen ersten Ursprüngen im Jahre 1862 an immer ganz wesentlich vom freiwilligen Engagement von Menschen profitiert und gelebt hat. Dazu gebe ich als Pfarrer auch gerne dem gewünschten Segen. So segne und begleite Sie, euch und die Wichtigsten, unsere Patienten, alle, der Allmächtige und Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.